Herzlich willkommen zu einem neuen Review von TopTrends. In diesem Video werfen wir einen genaueren Blick auf den OEMIS Mini-Backofen, einen leistungsstarken Umluftofen mit einer Fülle an Funktionen. Mit 1800 Watt Leistung, 360 Grad Heißluftzirkulation und 21 voreingestellten Programmen verspricht dieses Küchengerät ein vielseitiger Helfer in der Küche zu sein. Lass uns herausfinden, ob dieser Multifunktionsofen hält, was er verspricht. Der OEMIS Mini-Backofen beeindruckt mit 360 Grad Heißluftzirkulation und einer Leistung von 1800 Watt. Dieses dynamische Duo ermöglicht die Zubereitung köstlicher Gerichte in kürzerer Zeit. Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten als Heißluftfritteuse, Toaster, Dörrautomat, Pizzagrill und Ofen versprechen eine flexible Nutzung in der Küche. Die beiliegende Bedienungsanleitung und das Rezeptbuch machen das Kochen mithilfe dieses Backofens zu einem spielerisch einfachen Vergnügen. Mit einer großzügigen Kapazität von 30 Litern eignet sich dieser Heißluftfrittierofen perfekt auch für größere Familien. Die vier Einschubhöhen ermöglichen das gleichzeitige Garen verschiedener Lebensmittel. Mit der Drehgabel kannst du sogar ganze Hähnchen knusprig grillen und selbst eine Pizza mit 33 Zentimetern Durchmesser oder 30 Hähnchenflügel können gleichzeitig zubereitet werden. Ein echtes Raumwunder und perfekt für gesellige Anlässe oder Familienfeiern. Die Anwendung des Oymis Backofens gestaltet sich äußerst benutzerfreundlich. Mit 21 voreingestellten Programmen können eine Vielzahl von Gerichten, von Fleisch über Fisch bis zu Pommes und Kuchen, mühelos gegart werden. Die LED-Anzeige, der Drehknopf und die Tasten ermöglichen eine intuitive Bedienung. Hier lassen sich der Timer von 0 bis 2 Stunden, die Temperatur von 30 bis 230 Grad Celsius und die Warmhaltezeit von 0 bis 8 Stunden leicht einstellen, um die gewünschten Speisen zu zaubern. Ein weiterer Pluspunkt dieses Mini-Backofens ist die leichte Reinigung. Der 30 Liter Elektrometallbackofen verfügt über einen leicht zugänglichen Garraum, während die herausnehmbare innere Glastür die Reinigung zum Kinderspiel macht. Im umfangreichen Lieferumfang befinden sich sieben Zubehörteile, die das Kocherlebnis noch vielseitiger gestalten. Die Backform, Frittierkorb, Backofenrost, Drehspieß, Drehkorb, Aufnahmehilfe und Krümelfach bieten eine breite Palette an Möglichkeiten. Der Oymis Mini-Backofen beeindruckt mit 21 voreingestellten Programmen. Diese Vielfalt ermöglicht die Zubereitung einer breiten Palette von Gerichten und betont das Engagement von Oymis für das Konzept eines gesunden Lebensstils. Patentierte Technologien und ein hoher Sicherheitsfaktor mit niedrigen Außentemperaturen des Geräts während des Betriebs machen diesen Umluftofen zu einer sicheren Wahl für deine Küche. Dank der innovativen 360-Grad-Heißluft-Zirkulationstechnik können gesunde, fettarme und schmackhafte Gerichte zubereitet werden. Knusprige Pommes und saftige Hähnchen sind keine Herausforderung mehr. Im Vergleich zu herkömmlichen Fritteusen spart der Oymis Backofen 40-50% der Garzeit und reduziert die Ölmenge erheblich. Ein besonderes Highlight ist der innovative Kochmodus Dual Cook. Hier werden zwei Kochprogramme in einem Vorgang verwendet, bei denen die Programme automatisch umschalten. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer ständigen Überwachung des gesamten Kochvorgangs. Eine Zeiteinsparung und ein Plus an Komfort für den geschäftigen Alltag. Der Oymis Heißluft-Fritösen Backofen ist ein wahres Multitalent in der Küche. Mit seinen zahlreichen Funktionen, der großzügigen Kapazität und der einfachen Bedienung bietet er eine ideale Lösung für Familien- und Kochliebhaber. Die 21 voreingestellten Programme ermöglichen eine beeindruckende Vielfalt an Zubereitungsmöglichkeiten. Die Dual Cook-Funktion setzt neue Maßstäbe in puncto Effizienz und Komfort. Die Sicherheitsaspekte, niedrigen Außentemperaturen und das ansprechende Design runden das Gesamtpaket ab. Zudem liefert das umfangreiche Zubehör-Set alle Werkzeuge, um kreativ in der Küche zu werden. Die leichte Reinigung und die Möglichkeit, große Mengen gleichzeitig zuzubereiten, machen diesen Heißluft-Ofen zu einem wertvollen Begleiter im Alltag. Ob für kleine Snacks oder festliche Mahlzeiten, der Oymis Backofen mit Heißluft-Fritteuse überzeugt auf ganzer Linie. Bei Amazon erreicht der Oymis Mini Backofen eine Kundenzufriedenheit von 4,4 von 5 möglichen Sternen bei derzeit knapp 500 abgegebenen Bewertungen. Der Preis liegt zurzeit bei 300 Euro und mit dem zeitlich begrenzten Coupon über unseren Link sparst du derzeit 60 Euro, sodass sich der Preis auf 240 Euro reduziert. Das war's mit unserem Video über den Oymis Mini Backofen. Du kannst ihn dir genauer ansehen und den aktuellen Preis prüfen, wenn du am besten sogleich auf die angegebenen Links unterhalb dieses Videos klickst. Vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast und wir hoffen, dass wir dir bei deiner Entscheidung den Oymis Mini Backofen zu kaufen helfen konnten. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like sehr freuen. Abonniere doch auch unseren Kanal und aktiviere die Glocke, damit du zukünftig kein Video mehr verpasst. Solltest du Fragen zum Oymis Mini Backofen haben, schreibe es uns in die Kommentare und wir werden versuchen, dir so gut wie möglich zu helfen. Wir hoffen, dass du auch beim nächsten Video wieder dabei bist und wünschen dir noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du das Video schaust. Und dann wird es uns in die Kommentare gefangen. Und dann durch die Kommentare und dann durch das Video einleggen, die man in der Kommentare zeigt, dass du auch der Video schaust hast. Und dann auf den Kommentar. Und dann, du kannst dein Tipp, Untertitelung des ZDF, 2020